Hast du jemals diese Veränderung in der Atmosphäre gespürt, wenn jemand den Raum betritt? Oder bemerkt, wie sich deine Stimmung hebt, nachdem du in der Natur spazieren warst? Diese Erfahrungen deuten auf die Idee eines Energiefeldes hin, einer unsichtbaren Aura, die dich umgibt. Sie spiegelt deinen inneren Zustand wieder und interagiert mit der Welt um dich herum. Im Reich der Existenz gibt es eine unsichtbare Kraft, die alles durchdringt. Vom weiten Kosmos bis zum kleinsten Atom in uns. Diese Kraft, bekannt als Energiefeld, ist das unsichtbare Netz, das alle Lebewesen verbindet. Es ist die Essenz des Lebens selbst. Obwohl es uns stets umgibt, versteht nur ein Bruchteil der Menschheit, wie man seine Macht nutzen kann. Für die meisten bleibt diese Energie ein Rätsel, schwer fassbar und ungezähmt. Stell dir vor, du wachst morgens auf und fühlst dich unruhig oder erschöpft. Es scheint, als würde die Last der Welt auf deinen Schultern liegen. Du fühlst dich ausgelaugt, bevor der Tag überhaupt begonnen hat. Aber was wäre, wenn ich dir sagte, dass du die Fähigkeit besitzt, diese Energie zu verändern? Sie in eine Quelle unendlicher Vitalität und Stärke zu verwandeln? Es gibt einen Weg, diese Energie nicht nur zu verstehen, sondern auch zu meistern. Durch die Jahrhunderte hinweg haben Weise und Mystiker verschiedener Traditionen davon gesprochen. Von der inhärenten Verbindung zwischen Geist und Energiefeld. Sie lehrten, dass du durch die Beherrschung der mentalen Kontrolle das Potenzial freisetzen kannst, diese subtile, aber kraftvolle Kraft zu beeinflussen. Um die Dynamik des Energiefeldes zu verstehen, müssen wir uns in das geheimnisvolle Reich des Magnetismus vertiefen. Im Kern ist Magnetismus eine fundamentale Naturkraft. Eng verwoben mit dem Gewebe der Existenz. Von den Himmelskörpern, die den Nachthimmel schmücken, bis zu den mikroskopischen Partikeln, die unseren Körper bilden. Der Einfluss des Magnetismus ist allgegenwärtig und tiefgreifend. Die Reise zur mentalen Kontrolle über das Energiefeld beginnt mit einer Erkenntnis. Deine Gedanken besitzen immense Macht. Sie sind die Architekten deiner Realität. Sie formen die Welt um dich herum auf subtile und tiefgreifende Weise. Jeder Gedanke, den du hegst, sendet Wellen durch das Energiefeld aus. Er beeinflusst den Verlauf der Ereignisse. Oft auf Weisen, die nicht sofort offensichtlich sind. Wie ein Meisteralchemist, der verschiedene Elemente mischt, um Gold zu erschaffen, musst du lernen, die Kraft deiner Gedanken und Emotionen zu nutzen. Verwandle die Energie um dich herum. Eine kraftvolle Technik, um die kreative Kraft deiner Gedanken zu nutzen, ist die magnetische Visualisierung. Stell dir das so vor. Du projizierst und manipulierst mental-magnetische Energie. Um gewünschte Ergebnisse und Erfahrungen zu manifestieren. Indem du die Kraft der Vorstellung und Absicht nutzt, kannst du den Fluss der magnetischen Energie in und um dich herum aktiv formen und lenken. Um magnetische Visualisierung zu üben, finde zunächst einen ruhigen und bequemen Ort. Einen Ort, an dem du dich entspannen und nach innen fokussieren kannst. Schließe deine Augen und nimm mehrere tiefe Atemzüge, um dich zu zentrieren und deinen Geist zu beruhigen. Stelle dir dann vor, dass du von einem lebendigen und leuchtenden Magnetfeld umgeben bist. Ein Feld, das vor Energie und Vitalität pulsiert. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der mentalen Kontrolle über das Energiefeld ist die emotionale Meisterung. Deine Emotionen sind eng mit dem Energiefeld verbunden. Sie dienen als Feedback-Mechanismus. Sie zeigen dir, ob deine Gedanken im Einklang mit deinen wahren Wünschen stehen. Unsere Gedanken und Emotionen sind die Hauptkatalysatoren. Sie formen das Energiefeld um uns herum. Wenn wir negative Gedanken und Emotionen hegen, wie Angst, Wut oder Groll, senden wir Schwingungen aus. Schwingungen, die ähnliche Frequenzen aus der Umgebung anziehen. Das stößt genau das ab, was du manifestieren möchtest. Umgekehrt, wenn wir positive Gedanken und Emotionen kultivieren, wie Liebe, Dankbarkeit und Mitgefühl, resonieren wir mit höheren Frequenzen und ziehen mehr davon in unser Leben. Dies erhebt und erhöht nicht nur uns selbst, sondern auch die Menschen um uns herum. Stell dir den Geist als einen Garten vor und deine Gedanken und Emotionen als Samen, die du darin pflanzt. Genauso wie ein Gärtner seinen Garten mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit pflegt, so müssen wir auch unseren Geist mit Achtsamkeit und Selbstbewusstsein nähren. Um emotionale Meisterung zu kultivieren, übe dich in Achtsamkeit und Selbstbewusstsein. Wenn du bemerkst, dass du negative Emotionen erlebst, tritt einen Schritt zurück. Untersuche die zugrunde liegenden Gedanken und Überzeugungen, die sie nähren. Sind diese Gedanken auf der Realität basiert? Oder sind sie einfach das Produkt konditionierter Muster und vergangener Erfahrungen? Sobald du begonnen hast, dir deiner Gedanken und Emotionen bewusst zu werden, ist der nächste Schritt, innere Harmonie zu kultivieren. Diese innere Harmonie ist der Schlüssel. Der Schlüssel, um das volle Potenzial deiner energetischen Präsenz zu entfalten und ein Leben voller Frieden, Freude und Fülle zu erschaffen. Eine der effektivsten Methoden, innere Harmonie zu kultivieren, ist die Praxis der Meditation. Durch das Beruhigen des Geistes und das Nach-Innen-Wenden schaffst du Raum. Raum für die Stille und den Frieden, die im Kern deines Wesens liegen. Lass sie entstehen. Neben der Meditation gibt es viele andere Praktiken. Praktiken, die dir helfen können, innere Harmonie zu kultivieren. Yoga, Tai-Chi, Qi Gong und Atemübungen. Diese alten Disziplinen harmonisieren den Energiefluss im Körper. Sie ermöglichen dir ein tiefes Gefühl von Gleichgewicht und Wohlbefinden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der inneren Harmonie ist die Praxis der Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Wenn du dich selbst bedingungslos liebst und akzeptierst, schaffst du einen fruchtbaren Boden. Einen Boden für Wachstum und Transformation. Du suchst nicht mehr nach Bestätigung oder Anerkennung von außen. Denn du weißt, dass dein Wert von innen kommt. Während du tiefer in das Reich der mentalen Kontrolle über das Energiefeld eintauchst, wirst du zu einer Erkenntnis gelangen. Du wirst erkennen, dass alle Schöpfung miteinander verbunden ist. Du wirst erkennen, dass wir keine getrennten Wesen sind, sondern unteilbare Ausdrucksformen derselben göttlichen Essenz. Du hast die tiefen Dimensionen der mentalen Kontrolle über das Energiefeld durchquert. Du hast die expansiven Bereiche des einheitlichen Bewusstseins umarmt. Nun stehst du als strahlender Leuchtturm der Liebe und des Lichts in der Welt. Mit jedem Atemzug verkörperst du die höchsten Schwingungen des Göttlichen. Sie strahlen nach außen. Sie berühren die Herzen und Seelen aller, die dir begegnen. Eine der kraftvollsten Möglichkeiten, Liebe und Licht auszustrahlen, ist die Praxis der bedingungslosen Liebe. Bedingungslose Liebe kennt keine Grenzen oder Einschränkungen. Sie übersteigt das Ego. Sie umarmt alle Wesen als Erweiterungen des Göttlichen. Wenn du bedingungslos liebst, siehst du die Schönheit und Vollkommenheit in jeder Seele. Unabhängig von ihren Fehlern oder Schwächen. Die Reise, die mentale Kontrolle über das Energiefeld zu meistern, ist eine tiefgreifende Odyssee. Eine Odyssee der Selbsterkenntnis und Transformation. Von der Erkenntnis der Macht unserer Gedanken bis zur Verkörperung des einheitlichen Bewusstseins. Jeder Schritt auf diesem Weg führt uns näher. Näher zur Verwirklichung unserer wahren Natur. Als Ausdrucksformen des Göttlichen. Wenn du diese Prinzipien anwendest, öffnest du dich für neue Möglichkeiten und Potenziale. Möglichkeiten, die deine kühnsten Träume übersteigen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasse ein Like und abonniere den Kanal. Danke fürs Zuschauen!